Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Momentan traden wir ungefähr 16.812 US-Dollar. Wenig Veränderung, auch wenn wir nochmal gestern so einen knappen Push in Richtung 17.000 US-Dollar haben. Wir haben unsere wichtige Zone nicht übertroffen, beziehungsweise keinen Close drüber gesehen. Welche das war, werden wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen. Außerdem gibt es noch ein paar Trade-Updates, mögliche neue Trades werden wir uns anschauen. Und natürlich heute Abend um 19 Uhr wieder Livestream. Also wer Bock hat, dabei zu sein und wieder ein paar Altcoin-Wünsche und Sonstiges durchzugehen, gerne heute Abend um 19 Uhr anschalten. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt, keine Signale mehr zu verpassen. Gut, und damit auch genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan 16.800 US-Dollar. Wir haben, wie gesagt, einen schönen Push nochmal knapp in die Region um 16.000 oder knapp 17.000 US-Dollar bekommen. Zweiter Tech-Profit weiterhin erreicht bei unserem BTC-Long. Leider wurde gestern unser zweiter BTC-Long, wo ich das Setup in die Gruppe gepostet habe, nicht abgeholt. Wurde, ich glaube, um 7 oder 8 Dollar leider verfehlt. Gut, was wir mal machen. Take-Profit hätte er sowieso nicht erreicht. Trotzdem, schade darum. Und ansonsten habe ich ja gerade eben gesagt, wir haben unser wichtiges Level nicht erreicht. Welches war das? Einerseits hier oben die 17.040 US-Dollar, wo wir keinen 4-Stunden-Close hatten oder gar nicht erst da hingekommen sind. Außerdem hier diese zwei Peaks, die wir hatten bei ungefähr 16.980 oder hier bei 16.970. Beides wurde nicht erreicht, beziehungsweise hier der eine wurde schon erreicht bei 16.970, aber kein Close drüber. Wir haben uns einfach wieder die Liquidität, die in diesem Bereich war, wieder geholt, hatten einen Stunden-Close wieder darunter und somit wieder alles ausgeweckt. Außerdem, gestern um 20 Uhr kam dann auch das FOMC-Protokoll, wo es hieß, okay, man rechnet wieder oder weiterhin mit steigenden Kursen. Und es werden nächstes Jahr keine Zinsanpassungen geben, was sie jetzt sagen, wer weiß, was, sag ich mal, gegen Ende des Jahres dann wirklich passiert, sehen wir dann alles. Also ich wage es zu bezweifeln, dass die Zinsen wirklich noch, noch extremer steigen, beziehungsweise auch gar nicht mehr zurückgefahren werden, weil es dann irgendwann, keine Ahnung, Immobilien-Crash gibt. Die Leute können das nicht mehr zahlen und sonst was. Also ich denke, klar, es klingt jetzt hart, was da im Dezember gesagt wurde, aber trotzdem glaube ich nicht so wirklich, ob das, wirklich die Zinsen dann so hoch bleiben. Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten, Short-Entry läuft weiterhin, also wurde nicht ausgestoppt. Man sieht zwar hier, bei Binance ist er zwar höher gekommen, aber bei BingX wurde er nicht ausgestoppt. Das heißt, unser Short-Trade läuft weiterhin. Ich würde den jetzt aber wirklich, sollten wir jetzt hier nochmal runterkommen. So eingezeichnet 16.660 würde ich das Ding schließen, weil irgendwann lohnt sich das von den Gebühren nicht mehr. Aber schauen wir einfach mal hier weiter. Ansonsten, FIP-Level gezogen, von unserem Load zu unserem High. Wird es jetzt interessant werden, hier den Bereich um 16.740 US-Dollar zu sehen. Hier liegt das Golden Pocket. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir hier einfach komplett durchbrechen. Hat einfach den Aspekt, wir machen mal ganz kurz den Fahrplan hier weg. Wir haben hier ein relativ großes Void. Wir haben einen Vektor hier liegen, einerseits um 15 Minuten, aber auch im 1-Stunden-Chart. Und wir haben hier unten so eine schöne 1-Stunden-Demand-Zone. Weshalb ich mir weiterhin vorstellen kann, okay, wir werden hier nochmal größer abverkauft. Zumindest in diesem Bereich 16.600 US-Dollar und versuchen dann noch einmal ein letztes Mal in dem Bereich der 17.000 bis 17.200 oder 300 sogar vorzustoßen. Ansonsten, wenn wir jetzt das übergeordnete FIP-Level ziehen und zwar von unserem Dampo, wie wir hier hatten bei 16.300 US-Dollar bis zu unserem jetzigen Hoch, könnten wir sogar den Bereich zwischen 16.500 und 16.600 US-Dollar nochmal sehen. Warum halte ich das für wahrscheinlich, hat einerseits den Aspekt. Wir haben hier unten noch einen 15-Minuten-Vektor, der nicht ganz gefüllt würde. Wir haben hier unten eine 1-Stunden-Demand-und das übergeordnete Golden Pocket. Bricht dieses hier oben bei den 16.700 US-Dollar, wäre unser Abtrend, sage ich mal, einmal gebrochen. So, wir haben die Vektor-Candle-Theorie, wir kriegen drei Pushs. Wir hatten einen Push, wir hatten zwei Pushs und vielleicht war das hier sogar der Push auf ungefähr 16.000 oder knapp 17.000 US-Dollar hier der dritte Push. Dann war es das mit unserer Vektor-Candle-Theorie, das heißt, wir haben alle Pushs abgearbeitet, wir könnten jetzt dahin beginnen, wo wir eben zu Wochenbeginn gestartet sind. Und da blicken wir mal ganz kurz, wo liegt unsere Psy-Range momentan? Genau, die liegt genau hier unten in dem Golden Pocket, wo ich jetzt gerade eingezeichnet habe, bei diesen 16.500 US-Dollar. Also da spielt eine Menge, sage ich mal, wichtige Level wieder zusammen und von dieser ganzen Theorie würde es sehr, sehr gut passen, wenn wir nochmal in den Bereich der 16.600, 16.500 US-Dollar zu Wochenende kommen. Ansonsten sollten wir hier oben eben diesen Push nochmal sehen und das erste finale Push hier oben sein in die Region um 17.000 US-Dollar. Spätestens dann denke ich, dass es auf jeden Fall runter geht. Und da oben werden wir uns dann auf jeden Fall nochmal neu mit einem kleinen Short probieren. Long-Position läuft immer noch, die unten von 16.490. Ansonsten haben wir erstmal keine weiteren Positionen offen. Brauchen wir auch erstmal nicht, wir warten jetzt hier erstmal ganz geduldig ab. An sich hat sich ja sowieso sehr, sehr wenig getan. Gut, dann Ethereum, hier hat sich schon eher was getan. Wir haben hier einerseits jetzt einen neuen Short offen bei 16.000, äh, nicht 16.000, äh, 1.269 wurde meiner getriggert. Warum? Zur Erklärung, 1 Stunden Supply-Zone, also 1 Stunden Widerstandszone. Wir haben hier oben das Golden Pocket, was wir auch noch hatten und wir haben die Ineffizienz auch noch abgeholt. Das war für mich wichtig. Daraufhin, äh, auch den Short eröffnet, habe ich ja gestern auch in die Telegram-Gruppe geschrieben. Erster Take-Profit war bei 1.252, der wurde getroffen. Also auch hiermit herzlichen Glückwunsch an alle, die das mitgenommen haben. Äh, weitere Signale gibt es dann, äh, in der Telegram-Signal-Gruppe, beziehungsweise Chart-Analyse-Gruppe, Link unten in der Videobeschreibung. Ähm, wir hatten einen relativ großen Wig hier oben mit sehr, sehr viel Volumen. Was auch nochmal bedeuten würde, okay, es kann sehr, sehr gut möglich sein, dass wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen abverkauft werden. Auch hier ziehen wir ganz kurz das Golden Pocket. Da seht ihr schon den Fahrplan, die 1.230. Das wäre auch nochmal so ein Bereich, wo ich überlegen würde, okay, wir hätten bis dahin auch alle drei Take-Profits erreicht. Ob wir dann hier mit der restlichen Position nochmal eine neue Long-Position aufbauen als zweite, nachdem die eine haben wir ja komplett zugemacht, nachdem die zweite hier unten, äh, dann hier eröffnen bei 1.230, dann hier nochmal diesen finalen Push mitnehmen bis maximal 1.300 US-Dollar. Würde zwar bedeuten, Short wurde ausgestoppt, aber wir könnten hier oben eine neue Short-Position in diesem Bereich zwischen, ich sag ich mal, 1.280 und 1.300 US-Dollar aufbauen. Das sind so momentan die Ziele. Trotzdem momentan Short in Stop-Loss Entry, damit wir hier kein Risiko gehen. Zweiter Take-Profit bei 1.242 US-Dollar. Dann sollten wir, sag ich mal, wirklich dieses Doppeltop kriegen und hier haben wir es ein bisschen schöner. Hier hatten wir nämlich eigentlich schöne drei Pushs, 1, 2 und dann auch nochmal den dritten. Der vierte könnte wirklich noch kommen, das würde dann aber eher hier in die Region um Doppeltop bedeuten. Müssen wir mal schauen, wie sich das ausspielt. Ansonsten von unserem Low, auch hier ziehen wir mal von unserem Low bis zu unserem High momentan das GP, dann würden wir hier bei ungefähr 1.200 US-Dollar landen. Wäre, naja, sag ich mal nochmal ein ordentlicher Rücksetzer. Wir schauen aber auch hier mal ganz kurz mit Vektor-Candle-Theorie und ihr wisst, was ich dazu gesagt habe. Normalerweise versucht oder kommt der Kurs Richtung Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer dahin zurück, wo die Woche begonnen hat. Deswegen wäre heute wirklich die letzte Möglichkeit, nochmal ein höheres Hoch reinzukriegen, um die ganzen Stop-Losses da oben auszuklatschen. Wir haben aber schon ein schlechtes Daily Open, das sehen wir auch schon, wurden schon zurückgewiesen. Und dann, sag ich mal, Richtung Golden Pocket hier wieder runterzukommen. Also im Endeffekt der gleiche Fahrplan, wie wir ihn bei Bitcoin haben oder beziehungsweise schon die ganze Woche darüber gesprochen hatten. Wir hatten ja diesen Fahrplan hier mit Ziel da oben ausgesprochen. Doppeltop, das wäre jetzt im Endeffekt hier dieser Bereich, der noch möglich wäre. Ansonsten ist für mich eindeutig die Richtung nach unten klar. Deswegen jeweils die Short-Position. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das bis heute Abend entwickelt. News-Technisch sollte heute ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so viel kommen. Wir aktualisieren das mal ganz kurz hier. Schauen einfach mal. Gut, wir haben Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, so wie immer. Morgen Feiertag, zumindest in Deutschland. Das könnte vielleicht nochmal ein bisschen interessant werden, je nachdem, ob wir hier langsam so einen Switch sehen zu mehr Arbeitslosen. Da mal ein bisschen Auge drauf werfen. Und ansonsten, was haben wir noch so, eigentlich nichts. Wirklich nur die Erstanträge. Also darauf bitte mal achten. 14.30 Uhr, wie immer. Schauen wir uns mal an, wie das ausgeht. Könnte nochmal für Bewegung sorgen. Und ja, ansonsten, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin wieder fleißig am Videos produzieren. Ansonsten, heute Nachmittag kommt dann noch ein neues Presale-Video, wo ihr euch gerne reinziehen könnt. Sehr, sehr gutes Projekt, wo man auch schon aktiv nutzen kann, was mich sehr, sehr überzeugt hat. Und wo jetzt auch die Website auf jeden Fall live ist und überarbeitet. Also schaut es euch gerne an. Ich denke, so um 14 Uhr wird es online kommen. Werde ich auf jeden Fall nochmal ein Telegram benachrichtigen. Ansonsten, News, 14 Jahre. Bitcoin ist immer noch die größte Kryptowährung. Was sonst? Wird sich auch wahrscheinlich erstmal nichts dran ändern. Link, Telegram-Gruppe. Und ansonsten gerne bei CryptoGuru vorbeischauen. Das war's von mir. Wir hören uns dann auf jeden Fall später wieder, wie gesagt, zum Presale-Video. Und heute Abend, 19 Uhr, wie immer, Livestream. Das war's von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann bis später. Ciao, ciao und stay crypto.